hey freunde was geht ab und herzlich willkommen bei einem neuen video hier auf meinem kanal ja heute gibt es für meine folge brawlstars was geht ab meine freunde leute heute wird richtig nice denn ich weiß nicht ob ich mitbekommen habe ich habe ein ziel gesetzt und zwar werde ich den neuen bosken ich würde sagen wir schauen sie gleich mal gemeinsam an ein power liga ich möchte den haben ja wir gehen mal ganz kurz ein spiel rein und da sind wir am start heute und jetzt gerade schon ich habe es schon ausgewählt ich brauche 60 games dafür und in diesem video werden wir die 60 games auf jeden fall machen ich würde sagen leute ich fange jetzt an zockt ihr jetzt und wir sehen uns so bei den letzten games so sehen wir uns wieder weil ich glaube so die ersten games also das wird lange dauern das ist langweilig ihr wollt die letzten games sehen so diesen entscheiden ich weiß ich hab mir bock drauf leute deswegen lasst gerne den letzten fett noch mal oben da kostenlos abo schreibt mir gerne unten kommentare was du als nächstes für videos machen soll und ich bin gespannt ob ich das schaffe das wird dann heraushauen leute 60 games ich habe den power liga gespielt ich würde sagen leute wir sehen uns damals so weit ist abfahrt waren wir erstmal die letzten zwei games ey jetzt haben wir auch 58 gewonnen jetzt die letzten beiden hoffentlich gewinnen wir direkt wir haben einen random als mate was soll ich spielen einen neuen brawler zwei plage mal search vor bitte ge search ich glaube er will nicht er nimmt riko er hat beides power 11 er hat surgen wie power 11 weil er gibt riko power 10 wir entscheiden sich für riko er ist echt der hammer der mate ey haben wir auch schon ultra struggle gehabt der sind hier schon zweimal gebannt worden ey und 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 letzten beiden games für den boh skin ja dann bist du auch einer der ersten den skins überhaupt im game hast hast du genug star punkte marvin ja klar das haben wir die klassen genau wir müssen den daumen bekommen aber er spielt gut damit hätte ich auch wollte ich gerade sagen was macht das denn vorhin war wir haben die weißt du dasselbe waren es war ja 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 und raus keine ahnung also jetzt holt er die skills raus jetzt weiß er jetzt jetzt wo es drauf ankommt leute schreibt mir gerne unten in kommentare habt ihr den skins schon ja oder nein spiele power liga würde mich interessieren wie findet ihr in skinskala eins bis zehn unten in kommentare ja ich kann euch nur empfehlen alter macht das nicht solo das ist die hölle sage ich euch ja ich hab ganz schön gedacht dass unser mail wieder afk geld hätte ja sein können irgendwie keine ahnung wlan läuft schlecht oder so man weiß es nicht leute kennt das ist halb eins der hund muss gassi oder so man weiß nie was da kommt das ist alles möglich wir haben bald unseren 24 stunden team übrigens am 12 dritten und wenn da irgendwie wenn du jetzt irgendwie zu weit gehst dann werde ich dich einfach mit in der nacht komplett pranken soll ich dir was sagen was ich für den stream gekauft habe ne ich hab so viel kaputt gekauft das muss alles sauber gemacht werden aber wir müssen das nicht musst du sauber machen na wer weiß so leute und da sieht es auch oh mein gott das sind alles sachen die wir beim 24 stunden live stream verschenken das heißt ihr könnt vor ort kommen und kriegt diese ganzen sachen geschenkt wir haben zum beispiel hier elgato deck dann haben wir noch jede menge t-shirts boxer merchandise alles mögliche deswegen ganz wichtig kommt zum 24 stunden stream und wir werden ihr habt schon mitbekommen leute unseren neuen song player 2 werden wir dort live performen und andere songs leute es wird geisteskrank das heißt wir werden unfassbar viel machen kommt vorbei leute es wird unfassbar geil deswegen alle informationen dazu findet ihr erster link unten in der video beschreibung deswegen yes kommt vorbei Buki nicht an bock und jojohn ist auch dabei clash games und luca sind auch als gäste dabei deswegen let's go leute wir sehen uns heute hast du nicht was vergessen genau deswegen kommt vorbei genau und vergessen wir nicht am 11.3. um 15.15 Uhr erscheint unser neuer song so meine freunde und passend zum 24 stunden stream habe ich hier von elgato das nice 24 stunden stream der kommt sehr sehr nice auf jeden Fall gefällt mir und ja ich würde sagen jetzt geht's weiter wie ist es possible man weiß nie was kommt so let's go come on jetzt hier abfahrt 60 games das hat so lange gedauert ey ist auch sehr viel digga ist schon echt im letzten mal gab es Leute Döner Mike Skin oder? weiß ich selbst gar nicht hä? hast du uns gewartet? ich glaube es war der Döner Mike der mit der Maske auf ah ja also der stinkende ähm Döner Mike der war nicht so also der Bosch war aller best völlig let's go leute ich hab irgendwie Angst dass er noch down geht hier ja kann immer noch alles passieren du noch ist der Skin noch nicht im Sack ey ne aber das ist nur noch da will ich schon mal sein ja gut jetzt haben wir einen Kasten let's go digga der ist Starspieler ich glaub's nicht oh mein Gott 60 games gewonnen wie sieht's aus sollen wir den jetzt kaufen ja oder nein oder sollen wir es doch lieber sein lassen Tobi ey danke nochmal dass du mir geholfen hast ey ich sitz hier jetzt auch wieder über 4 Stunden dran 5 Stunden hab ich auch gemacht 3 2 1 Abfahrt let's go kaufen 25.000 Starpunkte oh mein Gott hier haben wir ihn Bruder alter das war auch echt jetzt müssen wir den erstmal auswählen digga richtig nice der sieht sehr geil aus der sieht richtig geil aus komm Tobi spiel mal eben so ne Runde mit dem lass mal ein Duo reingehen danke hier auch an unseren Mate dass du dabei warst ne mit einem neuen Skin werden jetzt hier die Gegner weggeflext ey pass mal auf die haben dann schon noch nice Schussanimationen und so ja die Pfeile sind geil aus ja und dieser Honig der ist so rauf ja müssen wir gleich mal Ultimum so testen hat ja auch Sprachanimation ja ne oder glaub ich ja ja aber sehr nice sieht clean aus der Scan feier ich könnt mal gerne reinsteigen unten in die Kommentare wie ihr den findet ich muss sagen ich find den smart vor allem die Pfeile so ultra nice jetzt muss ich carry'n ey jetzt muss ich carry'n ey ups hier noch paar Sekunden warten ohhhhhh jetzt schmeiß mir mal das erste mal die Dinger ich muss sagen wie die aussehen bin gespannt oh ja so Honig mäßig richtig nice kannst du Geld schon playsen? ja klar sehr sehr nice wo wollen wir erster werden? wie gesagt Leute schreibt gerne unten in die Kommentare ob ihr den Skin schon habt würde mich mal interessieren ich muss sagen der sieht richtig nice aus hab auch lange dafür gebraucht aber ich hab ein Ziel gesetzt ich hol den und dann hab ich das auch geschafft place mal unsere Minen rein das ist richtig smart ey boah 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 Digga der sieht richtig geil aus der Skin ja da unten in der Ecke sehr nice ah ah 11 Cubes eigentlich kann der geht noch einmal in die Minen reinlaufen und wir können sehen wie das aussieht ah ok du hast den GG sehr nice ja oh mein Gott Digga für Season Blow muss man schon viel spielen ja Bruder alter ja das ist schon krass wie viele Rekordpunkte haben wir noch Starpunkte oh 19.000 noch ja sehr nice so Leute geisteskrank wir haben ultralange dran gesessen ich weiß nicht ich glaub kein Plan 5 Stunden mindestens sehr sehr nice Tobi auch danke nochmal dass du dabei warst Kuss Kuss an dieser Stelle ja auch kein Ding kein Ding und Leute vergesst auf jeden Fall nicht kommt gerne nochmal beim 24 Stunden Stream vorbei oder schaut ihn einfach euch live an es wird geil ich freu mich auf euch ich würd sagen das war's mit dem Video wenn es euch gefallen hat lasst gerne einen fetten Daumen nach oben da kostenloses Abo schreibt mir ein Video den ihr gerne auch in die Kommentare checkt gerne Tobi ab und ja tschau kaufs und tschau mit Öl 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 Und Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018